was ich so voll liebe aber andere richtig hassen part 1 und ja bevor er sagt dass es nicht mein format das ist nicht mein format leute aber meine echte stimme von mir halt und ja erste sache mit der wir starten das ist die lagritze ja leute ich mag lagritze voll bitte hat mich jetzt nicht dafür aber ich mag lagritze richtig gehen wir zur dritten sache und das ist fisch ich mag fisch voll leute warum mögt ihr fisch nicht das verstehe ich einfach nicht okay leute dann gehen wir halt mal zur dritten sache und das sind garnellen so kann ellen sind meiner meinung nach richtig lecker und verstehe die leute nicht die es nicht mögen weil ich kenne richtig viele die gar nicht mögen und ja das könnte ich mal sagen wie meine schwester zum beispiel oder mein papa die mögen dann nicht okay gehen wir dann zum vierten essen oder wie zum sagen trinken zum beispiel das ist der durstlöscher also es ist wirklich ein durstlöscher war ich habe halt von vielen gehört das dient den durchlöschen nicht mögen okay ja leute und dann gehen wir halt mal zum fünften essen und ja das ist naturjoghurt und ich mag naturjoghurt voll also leute das ist das allerlieblings essen von dem die ich bis herz genannt habe also leute warum mögt ihr naturjoghurt nicht leute das verstehe ich einfach nicht okay leute ja dann mal ciao kakao kakao